einen wunderschönen guten morgen meine lieben 11 uhr kann man da noch guten morgen sagen überhaupt ach naja ich glaube es geht schon vor allem es ist heute sowieso samstag wochenende ich glaube da kann man noch guten morgen sagen ich habe noch kaffee ich sitze hier noch in meinem schlafdress rum also ich denke das passt schon und ja nicht dass jetzt denkt ich bin gerade erst aufgestanden nein nein ich bin schon ziemlich lange wach seit 7 30 und war schon mega mega fleißig heute morgen und habe schon ganz viele sachen erledigt und so und ja und selbst wenn ich jetzt erst aufgestanden wäre oder du gerade erst aufgestanden wäre es bist wie auch immer ganz egal es ist wochenende und überhaupt egal hauptsache man schläft genug deswegen passt es schon gestern war es bei mir tatsächlich ein klein wenig spät ich habe gestern nachmittag abend auch noch ganz ganz vieles gemacht und getan und vor allem auf social media überall auf den kanälen hochgeladen und so und ja und jetzt guckt mal was ich hier noch gemacht haben schaut mal fällt euch hier etwas auf ja juhu juhu guckt mal hier ja ich habe gestern nachmittag mir noch die neueste erweiterung der war wird hin mir noch gekauft endlich ja dank der großzügigen spende von primax vielen dank und schau ich habe es jetzt endlich gemacht ich habe es getan ich habe mir endlich die neue erweiterung vorbestellt und habe jetzt auch gleich mit dabei inklusive dragon flight wie cool ist das denn hier es hat gar nicht mal so lang runtergeladen ja also zehn minuten dann war es schon fertig ich kann mich noch erinnern früher hat es immer ewig gedauert früher war das echt lange lange was es da geladen hat mittlerweile geht es irgendwie ratzfatz und sogar konnte ich nebenbei auch noch was machen also ja habe mich ganz umsonst gesorgt dass es mir alles hier lahm liegt nun ja gut jetzt habe ich es jedenfalls und jetzt schaut mal was es hier noch schönes gibt ich kann jetzt einen charakter auf stufe 70 aufwerten ja ich weiß nicht ehrlich gesagt wie ich das finden soll weil ich meinen welchen charakter solchen jetzt aufwerten also würde natürlich sinn machen hier meinen schönen main meinen warlock hier aufzuwerten ja aber was ich immer schade finde dann man ist dann halt irgendwie wie so ein ebager so ein bisschen wisst ihr was ich meine ich meine man ist dann plötzlich so schwupps plötzlich max level und eigentlich würde ich das viel lieber traditionell machen und mich halt einfach hochleveln ja ich weiß jetzt nicht was ich machen soll ehrlich gesagt keine ahnung aber es wird ja eigentlich auch keinen sinn machen hier einen von den twinks auf max level zu schubsen ich weiß es nicht ehrlich gesagt ich mache mir da mal noch paar gedanken drüber ja ich werde jetzt erst einmal hier dieses video wird sich darum drehen wow spannung steigt worum wird es sich drehen um auktionshaus trading ihr kennt es ja schon ja und täglich grüßt das murmelt hier oder auch die nena oder auch jasmin wie auch immer ihr zu mir sagen wollt ich werde jetzt einfach ganz normal wie immer halt in der früh meine erste amtshandlung hier in ww wird sein ins briefkasten in den briefkasten reinschauen gold zusammen ramschen und einfach die sachen wieder neu einstellen ja und dann schaue ich erst mal mir hier dragonflight an das werde ich jetzt aber nicht machen in diesem video ich gucke mal ich weiß nicht ob ich heute noch zeit habe dafür ich habe mich heute eine große aktion geplant in real life ja stellt euch vor wow real life soll es auch noch geben ja bei mir ist heute großes entrümpeln angesagt bekommen nachher auch noch unterstützung verstärkung von einem guten freund und ich weiß jetzt schon dass sie mega mega viel spaß haben und das wetter ist auch optimal heute mir entrümpeln nämlich heute meine garage und da habe ich schon so ein bisschen zeugs im gebunker drängstellt was ich aus dem keller schon rausgeholt habe und da erst entrümpelt habe und ja dafür ist natürlich das wetter heute mega optimal weil die sonne scheint hier es ist ein absolut herrlicher tag ja der schnee der letzte rest der noch da ist glitzert einfach so bilderbuch mäßig in der sonne es ist einfach traumhaft und da freue ich mich schon mega drauf und ich weiß dass sie ganz viel spaß haben naja nur gut also genug geredet deswegen weiß ich nicht ob ich heute noch mal da reingucken werde ansonsten morgen ist auch noch ein tag und ähm dienstag sehen wir uns ja dann eh live im stream und da guckt man natürlich auf jeden fall rein ja also das machen wir ganz sicher so jetzt gehe ich aber mal hinein jetzt ist wieder der sound so laut gehört das ist echt komisch sag ich euch ähm gestern im stream war der sound viel zu leise und in den videos ist er immer viel lauter oder kommt nur mir das so vor das kann natürlich auch sein gell hallo lautstärke mixer würdest du dich bitte einmal öffnen ich mache es jetzt mal wieder ein bisschen leise ihr könnt mir gerne auch mal rückmeldung geben ob der sound wahrnehmbar ist in meinen videos ja oder ob ihr gar nichts hört so ein bisschen katsching geräusche einfach ja und schaut mal noch ah ne das machen wir später jetzt schauen wir erst einmal hier im briefkasten rein ja ich könnte euch wieder 50.000 sachen hier gleichzeitig erzählen ja ich überschlag mich immer mit meinen ideen und gedanken und alles was mir so in den kopf reinkommt und was ich gern sagen würde aber ja ich weiß immer ich muss ein bisschen mich zügeln weil sonst kommt keiner mehr mit okay also jetzt gucken wir erst mal hier alles schön da rein ach ne so dass alles so hier ein bisschen seine ordnung hat also ja guckt mal schon wunderbar tsm addon zeigt mir schon wunderschön an 512 gold habe ich hier in meinem briefkasten drin juhu ja gestern war es das doppelte ich verstehe immer noch nicht warum es manchmal mehr ist und manchmal weniger obwohl immer dieselben sachen drin sind und die preise eigentlich auch immer ähnlich sind ich weiß es nicht jetzt nehme ich erst mal das ganze gold raus guckt wie wunderbar das ist ja so nimmst du einfach mal das ganze gold nur und lässt den rest drinnen und ich schreibe es mir einmal auch auf ach ich habe hier meine aufzeichnungen sind übrigens auch sehr liederlich in letzter zeit ich habe mir gar nicht gescheit aufgeschrieben meine gesamteinnahmen und so naja wurscht eigentlich auch wurscht gell heute ist der 20.01.24 und wir haben hier mit dem allianz da drin 512 gold ja passt passt schon gell passt schon und jetzt nehme ich aber trotzdem noch das ganze andere klump hier raus ja hier kannst du jetzt auf alle abgelaufenen klicken und dann nimmt es dir alle sachen raus so ich checke mal ganz kurz ob mein video hier gescheit aufnimmt ja ja schaut gut aus habe gerade mal auf pause gedrückt es hat pause gemacht letztes mal wo ich diesen bug hatte den fehler wo es mir mein schönes video nicht aufgenommen hat da hat es schon gebackt als ich auf pause gedrückt habe ging es nicht habe es aber nicht gemerkt ja habe fröhlich weitererzählt und geredet und getan und gemacht und mich gefreut und so und dann habe ich also fertig war festgestellt oh ne das video hat es nicht aufgenommen was für ein scheiß ehrlich war deswegen gucke ich jetzt immer mal lieber ja weil es ist schon doof ne so also wir schauen erstmal wie viel die marke kostet ja kein guter preis heute aber ist egal weil ich habe eh noch eine der horde trading char hat noch eine marke die habe ich mir neulich schon geschnappt zu einem guten preis okay so und wir schauen mal was hier noch alles drinnen ist also da sind schon noch ein paar sachen auch drinnen und ich tue jetzt einfach wieder halt nachlegen ne kennt ihr schon alles alles zack zack geht es hier wunderbar das ist hier ein bisschen billig gerade ist mir aber egal weil ich will das einfach nur weg haben ja weil braucht kein mensch mehr das zeug was ist mit dem ding ja das ist auch billig 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 alles billig aber gut es ist halt auch altes zeug machen wir mal hier zehn stück von diesem ding für kurz so das bast das bast das bast das bast nicht das ist ein bisschen billig auch aber okay nimm es und seid glücklich damit so hier können wir überall einfach nur schnell schau das geht wunderbar ja zack zack und schnell rein damit und fertig bin ich schon und Und so soll das sein, ja. Nicht ewig umeinander tun, nicht ewig hier umeinander gucken, wie ist der Preis. Schaut mal hier jetzt zum Beispiel, das seht ihr jetzt, da habe ich vier Stück schon verkauft, ja, seitdem ich TSM habe. Ich habe es ungefähr seit einer Woche oder eineinhalb oder so. Also das ist in Ordnung, ja. Hier habe ich schon fünf verkauft, hier zwei, auch zwei, da noch gar keins. Aus welchem Grund auch immer, ich weiß es nicht, es ist schon komisch manchmal, ja. So, ich muss mal ganz schnell auf mein Handy schauen, ich habe hier wieder, ach schaut mal, hier sechs Stück verkauft. Das geht echt gut, das Ding. Das ist aber auch nicht aus Sturmwind, oder? Oder doch? Halt nie, was erzähle ich jetzt? Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nein, die Muschelsuppe ist nicht aus Sturmwind. Ich muss ganz schnell mal auf mein Handy gucken hier, ich habe hier schon wieder Spamerei, ja. Das ist echt furchtbar, ganz ehrlich. Ich finde, gestern war mal kurz Ruhe, also ich rede von Fruits gerade, ja, von dieser neuen App. Da habe ich so viel Spam, wenn ich was poste und drunter posten und spammen dann die ganze Zeit so gewisse Damen, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Und das finde ich schon ein bisschen, naja, unverschämt, muss ich sagen, was soll denn das? Wenn hier einer Werbung macht, dann bin ich nicht so auf meinem Profil, da nennt jemand anders. Ne, 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 also das finde ich nicht schön und das möchte ich bei mir auch nicht haben. Deswegen lösche ich das immer gleich und da habe ich echt ziemlich viel zu tun teilweise. Ich weiß nicht, wo die immer alle herkommen. Gestern war es, ähm, komischerweise fast gar nichts und jetzt heute wieder permanent, ja. So, jetzt schaut mal hier. Dieses Ding, genau, das und noch diese Muschel, nein, doch, nein, doch, nein, doch. Ich weiß nicht, ich habe schon wieder zu viel Energie, Leute, okay. Meine Gedanken überschlagen sich. Sorry, echt. Also, schaut mal, ich zeige es euch mal schnell, ja. Dann geht es besser mit meiner Energie. Hier, Leuchtturm von Westphal. Da gibt es ein Special Rezept und da müsste es doch Westphal irgendwas Rezept heißen. Ich weiß gerade nicht, welches es ist. Ich dachte, eigentlich ist es die Muschelsuppe. Bin mir aber gerade nicht sicher, weil hier Westphal, da müsste das Rezept irgendwas mit Westphal heißen. Ja, vielleicht sehen wir es gleich noch in meinem Inventar. Gibt es hier jedenfalls an diesem, ganz hier im Eck irgendwo, ja, kurz vor, da, wo du nicht mehr weiter kannst. Und, ähm, da ist auch noch dieses Rezept, was ich gerade hatte, die zwei. Ja, das auch noch, das ist auch noch dort. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen teurer hier, weil es halt da am hintersten Eck ist irgendwie, und man da vielleicht gar nicht so hinkommt. Und, meine, in Sturmwind, da kommt ja jeder hin, ja, sind die Rezepte jetzt nicht ganz so mega selten und schwer zu bekommen. Da ist es auch nicht schwer, aber du musst es halt wissen einfach, dass es da ist. Aber das finde ich jetzt trotzdem ein bisschen fehlen, ganz ehrlich. Hier, zwei Stück verkauft für 189. Also, so ist es, denke ich, okay. Da müssen wir auch noch schnell eins reinschmeißen. Ähm, so, der Rest passt, gell? Das passt schon. Ja, hier dürfe ich wieder ein bisschen Nachschub holen aus der Bank an Rezepten. Ich habe nicht mehr das ganze Sortiment hier drin. So, da geht auch wieder eins rein. Da habe ich nur eins verkauft. Ich mache das jetzt mal ein bisschen günstiger. 99 ist auch okay und dann geht es vielleicht besser weg. So, da schließen wir uns, glaube ich, an, oder? Ja, da können wir uns mal anschließen. So, hier ist gar keins drin. Was habe ich denn da verkauft? Ah ja, schaut mal, vier Stück schon. Cool, oder? Das tue ich ja auch mal für 99 rein. Das ist in Ordnung, finde ich. Äh, da habe ich noch gar keins verkauft. Das ist auch zu teuer. Das machen wir jetzt mal günstiger. Ich probiere es hier auch mal mit 99. Wenn nicht, gehe ich noch weiter runter. Ja, die Katzen gibt es vor. Stirn, äh, Stirnband. Wollte ich, ich komme jetzt auf Stirnband. Das ist ein Blödchen. Kurz vor Sturmwind ist so eine kleine Hütte. Da gibt es diese verschiedenen Katzen. Ich habe schon manchmal echt komische Versprecher. Kennt ihr das auch, wenn ihr so ein Unsinn irgendwie sagt? So, da ist auch überhaupt keins verkauft. Vielleicht müssen wir es noch günstiger machen, ja? Weil ich meine, die gibt es ja auch gleich hier. So, da gehen wir jetzt schon mal ein wenig runter, weil bis jetzt noch keine einzige Katze verkauft. Schneehase. Da habe ich einen verkauft für 427. Ich glaube, es ist auch ein bisschen viel. Machen wir mal 199. Wenn ihr wissen wollt, ja? Wenn ihr jetzt das Video dann anschaut und wissen möchtet, wo es diese Pads zu kaufen gibt, dann schreibt es einfach in die Kommentare runter. Ähm, ich schreibe es euch dann gerne rein. Oder ihr guckt einfach schnell auf YoW Head nach. Da steht auch alles drin. Gibt es einfach dieses Item ein. Und dann zeigt es euch genau an, wo es das gibt. Manche gibt es auch an verschiedenen Orten. Manche gibt es auch für beide Fraktionen. Manche Items. Und du hast dann auch eine Map. Und du siehst genau, wie heißt auch der Verkäufer. Und bekommst eine Map angezeigt mit dem Gebiet, wo der ist. Und wirklich ganz genauen Standpunkt mit Koordinaten, ja? Und wenn du dann so ein Koordinaten-Tracking-Add-on hast, dann kannst du sogar die Koordinaten eingeben. Und es führt dich dahin. Also kannst du auch da nachschauen, aber auch gerne einfach drunter schreiben, wenn du was wissen magst. Generell, wenn du irgendwelche Fragen hast, ja? Ich vergesse immer das zu sagen. Ihr dürft natürlich gerne Fragen stellen, wenn ihr was wissen möchtet. Schreibt es das einfach drunter. So, da tun wir auch mal einen rein. Ja, da war auch ein völlig übertriebener Preis, gell? Den senken wir jetzt natürlich auch mal ein bisschen. Und das ist natürlich auch viel zu teuer. Ach so, da habe ich aber noch eins drin. Und das ist das Einzige. Dann lassen wir es jetzt so. Okay, das war es schon. Ja, mehr habe ich nicht zu bieten hier. Das war es. Ja, nichts mehr da zu machen. Hier habe ich schon ewig, ploppt es mir hier, Ordenshallenbericht auf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal mehr, was das ist, ja? Das ist ja irgendwas mit den Anhängern in dieser Garnison. Ich habe das mal eine Zeit lang sehr gerne gemacht, aber ganz ehrlich, keine Ahnung mehr davon, was das ist, wie das geht und so weiter. Ja, da musste ich mal gucken. Das kann man ja auch über die App machen, ne? Über die Handy-App kannst du auch diese Missionen machen. Das würde ich auch gerne wieder anfangen. Ich habe das auch früher gemacht, weil da kannst du immer mal schnell zwischendurch am Handy, musst du gar nicht am PC und nicht das Spiel starten und nichts. Wenn du auch unterwegs bist, mal ganz schnell irgendwie halt die Auktionen, nein, die Missionen abholen und die wieder losschicken, ne? Also das ist schon praktisch. Dann müsste ich aber wirklich ein bisschen mehr Speicher auf meinem Handy haben, um die App wieder runterzuladen. Das bin ich echt hoffnungslos. Ich brauche ganz dringend, wenn ich mir nächstes Mal ein neues Handy hole, brauche ich den doppelten Speicher. Ich habe jetzt, glaube ich, 128, ja? Viel zu wenig. Ich habe ständig Probleme mit Speicher voll und muss permanent irgendwelche Sachen löschen. Das ist eine Katastrophe. Also so brauche ich das nicht installieren. Aber würde ich schon gerne auch machen, weil kannst du immer schnell zwischendurch, ne? Wenn du mal kurz irgendwo rumsitzt und so Leerlauf hast, fünf Minuten, bevor du dumm irgendwo in Facebook oder so rumscrollst, machst du immer schnell noch so eine Mission. Und hast wenigstens Gold oder irgendwas davon. Ja stimmt, da kannst du ja auch einiges an Gold machen, ja? Also, ja, ja. Okay, ich logge aus und logge mich jetzt hier auf meinen Horde Trading Jar ein. So, und während er einloggt, schaut mal hier. Ach ne, ich seh's jetzt nicht. Mist, kann ich nicht sagen jetzt. Ich seh's ja nichts. Ihr habt jetzt Ladebildschirm. Ach doch, ihr seh's schon. Quatsch, ich bin deppert. Ja, ich bin wirr. Ich bin ein bisschen wirr, aber keine Sorge. Es ist besser als gestern. Gestern war ich mega planlos. Mega planlos, verpeilt, konfus durcheinander. Ganz, ganz komisch, ja? Ja, ich hab einen Mist gemacht teilweise und kennt ihr das, wenn ihr irgendwo hingeht in eurer Wohnung. Zum Beispiel, ihr seid jetzt gerade am PC, so. Und dann denkt ihr euch, ah, ich geh jetzt mal in die Küche und hol mir einen Kaffee oder irgendwas, ja? Und dann gehst du in die Küche und dann stehst du in der Küche und denkst dir, äh, was wollte ich hier jetzt? Äh, keine Ahnung. Ja, und dann, ich stand da echt ewig und es ist mir nicht eingefallen, wie bescheuert kann man sein oder sowas Bescheuertes. Und ich stand ewig und dachte mir, das gibt's doch nicht, das musst du jetzt einfach, was du hier wolltest, also wirklich. Und es ist mir nicht eingefallen, bin ich wieder zurückgegangen und meistens ist dann aber so, wenn das so ist und ich geh dann zurück und sitz wieder am PC, ja, also genauso wie davor, dann weiß ich's plötzlich wieder, ja? Aber gestern wusste ich's nicht mal dann wieder, also das war ganz, ganz komisch und ganz seltsam einfach. Und ich war komplett überfordert gestern von den einfachsten Dingen, seltsamerweise. Ja, mein Kleiner, der redet immer ziemlich viel, woher er das nur hat, ich weiß es echt nicht. Und der labert einen immer total voll, ich weiß auch nicht, woher, das hat ja, hm, komisch. Und es ist manchmal schon ein bisschen anstrengend, ja, vor allem in der Früh, wenn du gerade jetzt aufgestanden bist und noch keinen Kaffee hattest und du erstmal dein System hochfahren musst und erstmal deine Augen aufbringen musst, so plopp, plopp, du weißt, was ich meine. Und er dann schon, lalalala, so wie ich halt jetzt gerade, ja, nur in der Früh direkt nochmal aufstehen. Und ja, manchmal ist es ein bisschen anstrengend. Und eigentlich aber so, wenn der von der Schule heimkommt und der Nachmittag, ja, da bin ich ja fit und alles, ne? Und vorbereitet und so. Und dann geht das schon. Aber gestern, der hat so viel erzählt und geredet. Und mich ständig immer gefragt, Mama, warum ist das eigentlich dies und das? Mama, was heißt eigentlich bla bla bla? Mama, hast du schon gewusst? Und ich konnte irgendwie, ich habe ihn nicht verstanden, ja, das war mir alles viel zu schnell und zu wirr. Also ganz seltsam war das gestern. Bin einfach nicht mitkommen gestern. Er hatte gestern eindeutig mehr Energie als ich. Also ich, meine Energien waren gestern ganz komisch durcheinander. So, heute habe ich scheinbar noch leichte Nachwirkungen, aber es lässt schon nach, Gott sei Dank, weil das ist echt planlos. So, jetzt machen wir hier dasselbe. Okay, ah ja, und was ich euch jetzt gerade erzählen wollte, also schaut mal, ich habe mir ja jetzt das neue Erweiterung vorbestellt, der war Dingsbums, ihr wisst schon, und Dragon Flight habe ich jetzt auch, ja, und deswegen habe ich jetzt ein neues Donation Ziel hier reingesetzt. Hier ist schön, schaut mal, schön türkis. Und wenn es voranschreitet und hier sich auffüllt, dann wird es so pink wie hier. Toll, oder? Wow. Also, ich liebe diese Farben, türkis und pink. Liebe ich voll. Ähm, naja, okay. Ähm, ja, und das habe ich gestern schon im Stream euch erzählt, weil ich ja überlegt habe, was mache ich denn jetzt von Donation Goal. Also ich sage jetzt nicht noch hundertmal dazu. Ihr wisst schon, dass es kein Muss ist und so weiter. Ich das nicht erwarte, nicht einfordere und nix und so. Aber ich mich halt natürlich sehr drüber freue. Ja, also, das wisst ihr jetzt. Das brauche ich jetzt nicht noch jedes Mal wieder von vorne sagen, glaube ich. Ähm, und da haben wir eben überlegt, was, was tue ich denn da rein? Weil so Equipment für den Stream oder PC-Equipment oder Technikzeug ist, ich habe eigentlich alles. Ja, ich bin komplett ausgestattet. Es funktioniert auch alles wunderbar, außer mein Mikro. Das liegt aber nicht daran, dass das Mikro schlecht wird. Das ist ein ziemlich gutes eigentlich sogar. Aber ich muss mal in den Einstellungen schauen, ja. In den Aufnahmeeinstellungen einfach. Es rauscht so ein bisschen, habe ich festgestellt. Da muss ich gucken. Aber wie gesagt, ich brauche da nichts. Und deswegen habe ich mir überlegt, da ja das nicht funktioniert mit der WoW-Marke kaufen, mit dem Trading. Ja, ich schaffe es nicht. Ähm, ich habe über zwei Millionen, hatte ich am Anfang. Und jetzt schaut her, jetzt habe ich nur noch 500 irgendwas, ja. Also das funktioniert nicht, mir die Spielzeit davon zu kaufen. Und deswegen dachte ich, das ist ja dann trotzdem was für ein Stream und auch In-Game und so, dass wir jetzt einfach Donation-Goal machen, ähm, ja, monatliche Spielzeit. Also für den Monat habe ich noch. Ähm, meine Spielzeit läuft noch neun Tage, ja. Dann läuft die ab. Und hier habe ich aber noch eine Marke drin. Die habe ich mir neulich gekauft für 315 im Auktionshaus, ja. Und danach habe ich dann nichts mehr. Also den Monat, äh, neun Tage habe ich noch. Ja, ist ziemlich genau den Januar. Und für den Februar habe ich auch noch was. Und dann ist es finito, okay. Und deswegen dachte ich mir, mach das als Donation-Goal. Weiß nicht, äh, wie viel das kostet. Monatliche Spielzeit, keine Ahnung. 15 Euro oder was. Ich glaube, ähm, je länger man am Stück kauft. Ich glaube, wenn man drei Monate vorbestellt, dann ist es, glaube ich, günstiger oder so. Ich weiß es nicht, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall das. Und dann würde ich mir einfach, ähm, ja, noch ein Item von meiner Amazon-Wunschliste gönnen, okay. Also das ist jetzt Donation-Goal. Ich habe jetzt mal hier halt einen kleineren Betrag reingesetzt. Und, genau, wer möchte, darf gerne. Und freue ich mich drüber. Und sonst, ja. So habe ich es jetzt jedenfalls gemacht. Und ich denke, das passt jetzt auch so, gell. Weil, nicht, vielleicht möchte mir nicht jeder eine Bohrmaschine schenken. Was ich vorher alles geholt drin hatte. Auf der Wunschliste ist alles Mögliche drauf. Von Klamotten über Essen, äh, Zeug. Einfach ganz vieles. Und da kann ich dann entweder, ihr sucht was aus, ja. Oder, ja, du kannst zum Beispiel auch sagen, hier, ähm, du kannst ja eh direkt von der Wunschliste auch was nehmen, ja. Und mir schenken, wenn du magst. Oder du sagst, ähm, du donatest halt so und so viel und sagst, das ist für genau dieses Item von der Wunschliste. Dann kaufe ich genau das, okay. Das könnte man auch machen, ja. Ja, werden wir auf jeden Fall schon, ähm, was finden, denke ich. So, jetzt schauen wir mal hier rein, okay. Also, gucken wir hier mal in den Briefkasten hinein. So schaut's mit normalem WoW-Interface aus. Also, du klickst dich durch die Seite und denkst dir, wäääh. Und dann kannst du umstellen. Und dann siehst du hier halt auch wieder wunderbar, Gesamtgold sind drin, 737. So, das passt auch, ja. Geht schon, ne. Hat der Hordler diesmal sogar mehr als der Ali. In letzter Zeit hat er immer der Ali mehr. Ja, aus welchem Grund auch immer, obwohl er weniger verschiedene Sachen hat. Ja, keine Ahnung. Und auch nicht so mega teures Zeug verkauft hat. So, und jetzt nehme ich halt auch wieder erstmal nur das ganze Gold raus, ja. Hier auf Blackhand, Horde, habe ich jetzt 566 Gold. Und eigentlich müsste mir TSM auch irgendwo anzeigen. Ja, doch, das zeigt's an. Wenn man in die Einstellungen schaut, wie viel Gold ich insgesamt habe, ja. Also, in beiden Fraktionen komplett einfach. In ganz WoW. Dafür musste ich mich halt mit jedem Jar einmal einloggen. Es waren noch nicht alle eingeloggt. Der andere, Ali, der hat auch noch, ja, eine ganze Stange Gold rumliegen. Ein paar Tausend, glaube ich, waren das. Also, das kann man auch mal noch machen. Dann hat man nämlich einen schönen Gesamtbetrag, ja. Und das finde ich halt auch super. Weil mit diesem Add-on, wo jetzt diese Leiste hier ist, weiß ich gar nicht, wie das Add-on heißt. Keine Ahnung, ja. Kann ich selber nachschauen, wenn es jemand wissen möchte. Ähm, dieses Add-on zeigt mir halt nur an für eine Fraktion. Ja, auf einem Server. Hier jetzt Blackhand, Horde, okay. Und da schon alle Chals, aber es zeigt mir jetzt nicht an für die andere Fraktion. Da müsste ich jetzt umloggen auf Ali. Und dann zeigt's mir die ganzen Ali-Dinger an. Ja, und die Server sind halt auch getrennt. Und TSM haut wirklich alles zusammen rein und zeigt nur mein gesamtes Gold, was ich überhaupt mit allen Chals auf allen Servern in WoW hab. Und das finde ich schon auch sehr praktisch. So, dann nehmen wir mal hier noch ein paar abgelaufene Sachen raus. Ich schätze mal, ich werde nicht alle nehmen können. Da motzt die jetzt bestimmt gleich wieder. Kann ich es mir tragen? Inventar-Ball. Kann ich es mir tragen? Ja, weiß ich schon. I know. Und wir gehen, ah ja, Automatik haben wir hier. Schaut mal. Da können wir auch gleich mal schauen. Habe ich ja gekauft, ja. Mit der Absicht ist weiter zu verkaufen. Heute ist Samstag. Ich glaube, da raiden auch ziemlich viele Leute. Vielleicht ist es heute schon wieder ein bisschen teurer. Ähm, so dass man ein bisschen was verkaufen kann davon. Gucken wir gleich mal. Aha, WoW-Marke, der Preis ist gerade schon wieder gesunken in den wenigen Minuten. Ja, nicht viel, aber ist ein bisschen weniger schon wieder. So, und wir schauen auch hier, was noch drin ist. Ah, schaut mal her. Da kommt gleich nochmal Gold. Super. Da kommt gleich mal noch ein bisschen Gold rein. Und ein paar Sachen laufen gleich auch noch ab. Dieses Ding hier, ja. Keine Ahnung, was damit ist, ganz ehrlich. Warum das hier so teuer, ähm, das ist schon voll übertrieben, ja. Das ist logisch, also das ist kein normaler Preis. Aber ich weiß gar nicht, wofür das ist. Hm. Also irgendwas Schneiderrezepte, schätze ich mal. Und es ist limitiert. Man kann immer nur zwei haben. Aber ob das irgendwie mega toll ist, oder so, oder mega, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ganz ehrlich. Gott, mir fällt gerade was ein. Oder auf, sagen wir es mal so. Oh, was war das? Oh Gott. Hier hat es jetzt gerade über mir voll komisches Geräusch gegeben. Das klang irgendwie so, als würde hier gleich meine Decke runterbrechen. Oh Gott, Hilfe. Ich hoffe mal nicht. Ja, immer spannend hier. Ne, was ich gerade sagen wollte, ich erwarte noch ein Paket, ja. Ja, und, äh, wenn ich jetzt an die Tür gehen muss, habe ich jetzt null Bock, okay. Weil ich sitze hier im Schlafazug rum und schaue voll schlimm aus. Voll, ähm, ja, so wie gerade aufgestanden halt, okay. Naja, ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt an die Tür gehen muss. Naja, egal. Hier sind echt komische Geräusche bei mir heute. Sonst ziehe ich mir schnell eine Jacke drüber oder so. Ja, draußen wird auch fleißig gewerkelt heute. Ja, ich wohne ja am Dorf. Und es ist wunderschönes Wetter. Sonne scheint, ja, Bilderbuchwetter hier. Typisches bayerisches Wetter. Blauer Himmel, weiße Wolken, weiß, blau und so. Und da wird hier fleißig gewerkelt gegenüber. Der Nachbar hat immer ganz viel Holz zu sägen. Und das macht er heute wieder. Ja, also hier ist es laut. Und über mir ist es Staubsauger. Naja, macht nix. Normale, alltägliche Geräusche, ja. Okay, also dann, lasst uns einfach mal ein bisschen was reinstellen. Wer dieses Ding auch schon 50.000 Mal drin gehabt, kauft niemand. Weiß nicht. Ob es jemals jemand kaufen wird. Elegantes Kleid. Dasselbe in grün. Da hauen wir jetzt mal mit dem Preis rauf, ja. Weil, pfff, läuft eh dauernd ab. Also wurscht. Spannende Sache hier. Seit Wochen stelle ich es schon ein. Also seit am Beginn. Seit ich wieder spiele. Seit jetzt zwei, drei, nee, drei Monate sind es schon, glaube ich. Drei. Drei Monate. Ist dieses Kleid da drin, ja, zu hohen Preisen und läuft immer wieder ab, immer wieder ab, immer wieder ab. Ich weiß nicht, ob es sich jemals verkaufen wird. Keine Ahnung. Aber da die Einstellgebühren nicht hoch sind, ist es mir auch wurscht. Und ich habe halt auch nur eins. Hätte ich jetzt mehrere, dann würde ich schon mal mit dem Preis runtergehen. Aber da ich ihn eh nur eins habe, lasse ich es einfach so. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, warum das so teuer verkauft wird. Vor allem, ich habe es auch schon zwei Stück verkauft, ja. Zu teuer. Komisch, echt. Naja, scheint beliebt zu sein. Tun wir halt wieder mal zwei rein, ja. Sehr merkwürdig. Aber es ist doch ein bisschen billig geworden. Nee, dann tun wir nur eins rein, komm. Eins, reicht. Ja, das Ding ist halt auch alles alt. Aber wirklich, das ist wirklich ein sehr hilfreiches Item. Falls ihr unter Stufe 50 seid und Raiden Dungeon irgendwas, ein bisschen Serious machen wollt. Oder ich weiß nicht, ob man da überhaupt Mythisch Plus machen kann. Keine Ahnung. Dann ist es jedenfalls sehr, sehr, sehr hilfreich, ja. Man muss ja in Mythisch Plus alles nutzen, was es gibt. Und so, was ist das? Achso, nee, 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 das lassen wir. Aha. Automatikkammer, ja. Nee, kann ich nichts reinstellen. Habe ich gekauft, drei Stück für 294. Das ist zwar ein bisschen teuer noch gewesen, der Preis. Also, besser wäre ein günstigerer Preis gewesen, ja. Es geht nämlich auch noch günstiger. 250 ist auf jeden Fall drin. Aber, ähm, es war so mittelmäßig. Dachte mir, komm, probierst es mal aus. Bisschen Gewinn kannst du machen. Aber heute braucht man das nicht machen. Nee, das lassen wir. Mal Sekunde kurz. So. Ah, was haben wir hier noch? Ach, dieses Ding, ja. Da können wir auch mal wieder ein paar reintun. Machen wir mal so fünf Stück. Das kann auch weg. Ich brauch's nicht, ja. Was ist eigentlich das? Ach so. Das ist auch alles so. Getränke und Zeugs. Dann tun wir auch mal fünf rein. Wie schaut's denn hier mit den Preisen her? Ist jetzt nicht so berauschend. Aber geht schon, geht schon. Äh, dieses Ding. Naja, auch billig, billig. Was? Ich dachte, heute steigen die Preise, weil wir reden. Aber eher fallen sie, weil auch mehr Leute Zeit haben, was reinzustellen. Das Ding, das kann man echt. Ach, was machen wir damit hier? Der Händler gibt mir 12,50. Naja, komm. Ich knall es mal rein für zwölf Stunden. Vielleicht kann ja was jemand damit anfangen. Ja, tun wir mal was Gutes. So. Äh. Oh ja, das passt. Da tun wir alle rein. Passt. Nehmt es. Nehmt es und werdet glücklich damit. Das ist auch voll sinnlos. Voll blödsinnig. Ist auch schon tausendmal drin gewesen und zu relativ hohen Preis. Aber das will keiner haben. Ich schau kurz auf mein Handy. Schnell. Ja, alles, alles safe. Oh ja. So Kakaobohnen. Ah, der Preis ist aber gut. Oh Gott. Wer hat denn bitte 18? Ach so, das muss ja nicht eine einzelne Person sein. Stimmt. Ich meine immer, das ist eine Person, die so viele drin hat. Aber das ist ja zusammengestückelt aus allem, die das zu dem Preis anbieten. Ja, aber trotzdem krass. 18.000 Kakaobohnen. Da kannst du richtig viel kochen damit. Tun wir mal 150 Stück rein. Ich habe ja genügend. Die verkaufen sich auch immer, ja. Gehen immer welche weg. Habe ich immer so 150 Gold ungefähr. Wenn ich eins für 1,50 rein tue. Also kann man schön nebenbei machen. Kannst du die in rauen Mengen kaufen, ja. So Tausender-Stack oder so. Und immer 100 rein. Und dann holst du dir schnell mal wieder ein paar neue. Wo bekommst du die? Durch Daily Kochquests kannst du Abzeichen bekommen. Und mit den Abzeichen kannst du dir so eine Kiste kaufen. Und da sind immer welche drin. Das sind auch, oh Gott, jetzt kommen hier alle schon wieder. Schaut mal, seht ihr das? Hey, hört auf, was soll das? Und killen hier schon wieder. Schaut, die killen hier schon wieder alles. Hört auf mit dem Scheiß. Voll unverschämt, echt. Ich war mal auf dem PvP-Sorber. Das war gar kein Spaß, sage ich euch. Nee, 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 nee. Ich war mehr down als am Leben. Ich war auch ganz allein unterwegs. Ich wollte nur mal gucken, wie das so ist. Und habe festgestellt, nee, ganz ehrlich, ist nichts für mich. Nee, nee, nee. Da kommt es eher zu gar nichts. Und Rap-Kosten steigen ins Unermessliche. Gibt es überhaupt noch Rap-Kosten, wenn man PvP gekillt wird? Was ist denn das? Ah, sehr schön. Da ist keins drin. Dann kann ich wieder meine Preise machen, ja. Das liebe ich ja. Wenn nichts drin ist. Und ich die einzige bin, die das hat. Yeah. So, die neueste Bedingung, wenn du hier ein Kochrezept von mir kaufst, ja, dann musst du mir dieses Rezept kochen. Das wäre doch ein super Plan. Weil ich esse sehr gerne und ich esse sehr gerne sehr gut. Also leckere Sachen, frisch und so. Aber ich mag nicht gerne kochen. Also ich mache es halt trotzdem. Weil wenn ich gut essen möchte, muss ich auch gut kochen. Aber das wäre doch ein super Deal, oder? Du kaufst von mir ein Kochrezept und der Deal ist, du musst mir dafür das kochen. Das fände ich richtig super. Da wäre ich immer versorgt mit Essen. Muss ich heute auch noch machen. Ich muss heute noch was kochen. Ich habe mir auch gestern, nee, vorgestern war ich einkaufen. Habe ich mir ganz viele leckere Sachen gekauft zum Kochen. Hähnchen-Dingswumms im Ofen, ja, voll lecker, finde ich. Mag ich mega gerne. Mega, mega gerne. Und dazu dann so Ofengemüse, Karotten, Brokkoli, so ganze Tomaten tue ich noch mit rein oder einmal so halbieren. Zwiebeln mit Knoblauch natürlich, schön Gewürze, Oregano-Kräuter und Olivenöl und Zucchini noch, ja. Ja, das schmeckt so gut, ehrlich. Und Kartoffeln noch dazu, auch im Ofen mit rein, so Kartoffeln zu spalten, schneiden, so große. Und dann das, ah ja, hier ist der Ali noch, egal, schön trotzdem rein. Das auch mit so dem Gemüse mit rein. Da nimmst du einfach eine Auflaufform und tust das alles da rein. Olivenöl rein, ganze Gemüse geschnitten rein, Kartoffeln rein, Kräuter, Gewürze drüber, Pfeffersalz, ja, paar Kräuter halt, getrocknete, ich nehme immer gern Oregano und Basilikum, aber ein bisschen nur, nur ganz wenig. Knoblauch mit rein, also frischend natürlich, ne. Ganze Zähne einfach rein damit, Zwiebeln, Olivenöl noch ein wenig und alles ein bisschen so vermischen. Und das tust du einfach in den Ofen rein. Und das Hähnchen auch in eine andere Auflaufform. Und da genau dasselbe, ähm, Olivenöl und auch so das Hähnchen einstreichen damit. Und Salz, Pfeffer, bisschen Paprika vielleicht, wobei der manchmal bitter wird, wenn der so lang im Ofen ist. Muss man ausprobieren. Und das alles einfach nur in den Ofen. Und das lässt du dann einfach eine Dreiviertelstunde drin bei 200 Grad. Also das heißt, du musst nichts machen, ja. Und das liebe ich ja. Alles schneiden, alles reinschmeißen und dann anschalten und einfach nur noch warten. Du musst nicht gucken, du musst nicht dabei stehen, du musst nicht rumrühren, du musst gar nichts. Und das mag ich am allerliebsten. Und es schmeckt richtig lecker, ehrlich. Und das kann man dann auch kalt essen, ja. Das finde ich auch das Schöne, dass du es dann später nochmal kalt essen kannst. Du kannst es auch nochmal reintun in den Ofen, ist egal. Aber für mich passt es. Und Kräuterquark vielleicht noch dazu. Oder es ist eine leckere Avocadocreme mit ganz viel Knoblauch. Oh, ich liebe es. Und das werde ich mir wahrscheinlich heute Abend machen. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, jetzt habt ihr auch noch ein lecker Kochrezept von mir. Ich glaube, ich habe auch, ich habe auf YouTube auch ein paar Videos hochgeladen, wo ich so Zeugs-Kochrezepte habe. Ich habe immer einfache Kochrezepte, ja. Was gut ist, was lecker schmeckt. Was auch die Kinder essen vor allem, ja. Also auch wenn ihr Kinder habt, dann habt ihr auch was. Und die Kinder auch mögen. Und was halt, du nicht hunderttausend Sachen brauchst, was nicht kompliziert ist, was nicht so lang dauert und easy ist und unkompliziert. So was mag ich einfach, ja. Ich kann auch komplizierte Sachen kochen, habe ich aber keine Lust, okay. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht und auch lecker ist. Ja, genau. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du auch mal gucken. Auf meinem YouTube-Kanal sind auch ein paar Kochrezepte drauf. Ja, so mal nebenbei erwähnt. Also, jetzt mal hier weitermachen. Ja, diese Nattern, weiß ich nicht, die gehen auch nicht gut, gell. Manchmal war es noch ein bisschen billiger. Ja, nachdem ich gestern festgestellt habe im Stream, dass die Kampfhaustier-Trainer, dass die auch Pads verkaufen, dann habe ich mir gedacht, oh, alles klar. Dann weiß ich jetzt, warum das bei mir nicht mehr läuft, ja. Wenn du für ein paar Silber die ganzen Pads bei den Kampfhaustier-Trainern kaufen kannst, ja dann, das erklärt einiges, gell. Also schaut mal, von dem Ding habe ich noch kein einziges verkauft. Das ist echt unterirdisch hier. Warum? Verstehst du nicht? Vielleicht gibt es das auch bei so einem Kampfhaustier-Trainer für zwei Silber zu kaufen. Baumfrosch hat es ja auch noch keiner verkauft. Wir probieren es einfach weiter. Der Waldfrosch auch nicht. Den machen wir jetzt mal ein bisschen günstiger. Vielleicht geht dann mal einer weg. Bringt ja auch nichts, das Zeug immer nur herumzuziehen, ja. So, den geben wir nicht günstig her. Da ist aber noch einer drinnen, teuer. Da soll man da mitmachen. Komm, da machen wir mal mit. 50.000. Da machen wir natürlich... Nein, nein, oh Gott. Oh Gott, jetzt dachte ich schon, ich habe es für einen Gold drin. Ich schaum. Nee, für 9.000. Das ist einfach mal teuer. Ja, wir müssen mal versuchen, den Preisring hochzuschubsen. Ja, ähm, kürzer reinstellen. Das auch kürzer, weil Einstellgebühren teuer sind. Ja, ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren. Das, ne? Das gibt es bei diesem Kampfhaustier-Trainer. Bei diesem Obertypen. In OG. Die steht da in OG auf oben auf dieser Plattform, wo diese ganzen, ähm, saisonalen Dinger immer sind und so, ja. Und verkauft goldenes Drachenfalken-Jungis für ein paar Silber oder so. Ja, hurra, hurra. Ganz toll. Du machst ja hier meine, meine, äh, Geschäfte kaputt, guter Mann. Verstehe auch den Sinn davon gar nicht, gell, aber mein... Ach, was ist das egal. Äh, hat da der Ali eins drin? Ja, dann lassen wir das. Passt schon. Obwohl, das ist eigentlich scheißegal. Ob sie es bei mir hier kaufen oder beim Ali, ist eigentlich Burscht. Einfach alles reinschmeißt, denn kommt, äh, geht rein, ihr guten Tiere und lasst euch kaufen. Ihr müsst schön niedlich gucken, dann kauft, kauft euch auch jemand. So. Gut, einmal haben wir es ausgeleert, dann gehen wir nochmal Nachschub holen. Ein bisschen sortieren mal schnell, gell. Jetzt ist nicht mehr so Agfi drin, das passt. Aber hier ist noch was im Briefkasten. Gesamte, ja, hier schaut, Kakaobohnen, 100 Stück verkauft, 142 Gold. Passt, gell? Eine Kakaobohnen für 1,50 Euro immer ungefähr. Und die kannst du dir, wie gesagt, ganz, ganz einfach holen, ja. Und bei den Daily Kochquests, da gibt es ja auch immer noch Skillpunkte dazu und so. Also, das ist echt, das ist echt ein guter Deal, finde ich. Vor allem stacken die auch schön, also nehmen auch nicht viel Platz weg im Inventar und kannst sie schnell einfach 100 Stück reinhauen und gehen eigentlich immer weg. Also, das ist echt eine gute Sache. Dieses Ding, hatte ich das nicht vorhin schon reingestellt? Keine Ahnung, echt. Ja, da, ich tue einfach überall wieder was rein, gell. Ist mir auch relativ wurscht hier, wie viel das gerade kostet, weil... Ist alles in Ordnung. Ist alles okay für mich. Ja, da laufen gerade immer noch Sachen ab. Hier ist ein alter Sockel. Das macht fast keinen Sinn. Den hatte ich schon mal reingestellt. Hat keiner gekauft, gell? Und die Einstellgebühren sind halt echt hoch, also. Einmal probiere ich es noch, sonst muss ich den leider dem Händler geben, gell. Was ist ja echt ungerne mit gecrafteten Sachen. Aber nun gut, es hilft nichts. Aha. Ja, tun wir noch mal eins rein. Da hat wieder jemand nach mir reingestellt. Ach nee, hey, die Alice sind immer noch da. Hört ihr das Geschrei im Hintergrund? Wir werden immer noch die NPCs gekillt. Hört auf jetzt. Hier, schaut mal, was sie hier treiben. Hier, Saubetzen, was ist das? Das Ding wollte auch keiner. Ist auch sinnlos. Das kann es dem Händler wollen. Ist ja Blödsinn. Macht der noch Verlust, ja? Was ist mit dem? Ah ja, komm. Nimm es. Nimm es und werd glücklich damit. Genauso wie das. Nimm es und werd glücklich damit. Ah ja, das Ding hier geht auch nicht so ganz gut. Eins ist rausgegangen bisher. Wow. Geht nicht gut, das Ding. Da, alles rein, rein, rein. Rein, 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 rein. Weg, weg, weg. Verkauft das Zeug. Ja, das wird auch immer billiger hier, das Ding. Da ist noch drin. Also, viele von diesen einzelnen Dingern habe ich jetzt nimmer, ja? Aber ein paar sind es noch. Die müssen alle auf jeden Fall noch weg. Also, ich meine jetzt nicht diese Kochrezepte, sondern hier das da, ja? Diese Schneiderdinger und so, wo ich nur so einzelne habe. Oh, Leute, echt. Da hauen wir jetzt auch mal den Preis hoch. So, viel Spaß damit. Das ist was ganz Tolles. Das müsst ihr unbedingt kaufen, ja? Hier ist, ja, tut es doch gleich. Am Ende zahlen die Verkäufer den Käufern noch was, dass sie die Sachen kaufen, ja? Also, so langsam geht es hier echt ins Minus. 4.999 und kein Cent weniger. Ähm, rein. Ja, die braune hat sich wohl wieder verkauft, oder was? Und die anderen nicht. Also, das ist, ich verstehe es immer noch nicht, warum die eine immer weg geht und die andere nicht. So, da haben wir das Ding noch. Ja, das könnt ihr auch für 3.999 haben, wenn ihr wollt. Nehmt es einfach. Könnt es gerne haben. Aber das nicht. Das gilt es nur für 49.000. So. Weil das nämlich ganz besonders ist. Na gut, das gebe ich euch für 9.000. Wo sind wir denn jetzt? Hier, Schnee mal noch. Haben wir da, da haben wir noch einen drin. Dann haben wir noch das Ding. Äh, sind wir eigentlich, glaube ich, was durch, gell? Ah ja, da ist auch keine drin. Dann mach mal. Ey. Wird das nicht langsam ein bisschen langweilig hier dauern? Die NPCs zu killen? Vor allem denkt ihr etwa, dass mir das was ausmacht? Mir macht das überhaupt nichts aus. Könnt ihr ruhig machen, wenn es euch Spaß macht. Aber planlos finde ich es schon ein wenig. Ich weiß nicht, was das soll. Ähm, ja, das war's. Mehr habe ich nicht anzubieten, ja? Soll ich mal noch in die Bank reingucken? Hier, schaut mal. Die haben alle gekillt, bis auf den Auktionator hier. Zum tausendsten Mal, ja. Und du sei leise jetzt, schrei nicht so. Ähm, soll man noch irgendwas holen schnell oder nicht? Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist fast nichts mehr. Was ist das eigentlich? Naja, nee, auf das Kleingruz, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Da habe ich, glaube ich, nur ein grünes drin, oder? Oder nur ein rotes, ich weiß es nicht. Komm, ich nehme mal hier noch schnell. Ähm, wie spät ist es denn? Oh ja, so langsam dürfte ich mich mal anziehen, ja. Weil um 13 Uhr nämlich meine Unterstützung kommt. Da sollte ich schon angezogen sein, eventuell. Maybe, maybe. So, da gehen wir mal wieder schnell auf Pritz gucken. Da ist gerade wieder was aufgeploppt. Da gehen wir gleich hier mit dem Bannhammer ran. So, nix da. Ja, machst du hier keine Werbung bei mir. So unverschämend, echt. Also wirklich. Macht man jetzt sowas. Sekunde noch, ja. Ich habe es gleich. Ja. Unglaublich, echt. Und tschüss, auf Wiedersehen. Es war schön mit dir. Oder auch nicht. Time to say goodbye. So. Erledigt. Was haben wir hier noch? Ancona-Huhn können wir noch eins mitnehmen. Ja, hier. Die ganzen Winterrezepte. Da ist ja auch überhaupt nichts mehr drin. Habe ich jedenfalls schon lang keines mehr gesehen. Und da, braune Natter. Ich habe nur noch eine. Die hat sich komplett, haben sich alle braunen Nattern verkauft. Und die anderen sind alle noch da. Ganz seltsam, echt. Ganz, ganz seltsam. Hier brauche ich, glaube ich, nix oder das. Ich weiß es nicht. Nö. Ich glaube, da habe ich jetzt alles. Gut. Dann stellen wir das mal noch rein, ja. Und dann passt es, glaube ich, hier. Ah ja, schaut. Hier ist nämlich keins drin. Das tun wir mal rein. Und dann das Grüne habe ich dann drin. Genau. Ja, Blumen habe ich alle. Die gucke ich jetzt nicht nochmal durch. Irgendwelche Rezepte waren das noch. Wo sind die denn jetzt? Hier ist eins schon mal. Das tun wir rein. Das passt, 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 passt. Da ist auch keins mehr drin von mir. Na, ich sage mal. Ja, das ist ein bisschen billig geworden. Starterrezept ist das. Ich glaube, das war es jetzt aber trotzdem. Ja, sonst gibt es nix mehr. Das ist... Ne, da kann man noch eins sein. Wo ist denn hier? Windrauch? Ja, das habe ich doch drinnen. Und Lebkuchen auch? Ja. Ah ja, war doch drin. Na dann habe ich es irgendwie übersehen. Ja. Habe ich einfach reingestellt und gar nicht geschaut, was es ist. Na, dann passt es schon, gell. Dann haben wir noch hier das Ancona. Ja, das geht niemals weg so. Drei Stück habe ich verkauft für acht. Acht Gold. Boah, das ist echt ein mieser Preis. Wir machen jetzt mal 19. Sonst ist das Sprung ganz so krass. Probieren wir es mal. Aber das geht echt auch überhaupt nicht gut. Und früher ging dieses Ding so gut, ja. Vielleicht gibt es das ja auch irgendwo bei irgendeinem Haustiertrainer zu kaufen, warum das jetzt gar so schlecht geht. Weil ich meine, das Gebiet ist schon ein bisschen abgelegen. Deswegen habe ich ja das damals auch immer geholt, weil nicht jeder da hingeht, ja. Und sich es deswegen super gut verkauft hat. Aber mittlerweile nicht mehr. Ich schätze mal, das gibt es auch mittlerweile irgendwo anders zu kaufen. Nun gut, dann sind wir fertig, ja. Das war's. Entschuldigung. Das war ein Knochenknacken. Sorry. Ich weiß, die meisten schreien immer, das ist eklig. Tut mir leid. Ja, dann bin ich schon fertig, meine lieben Leute. Das war's eigentlich. Auf dem Main logge ich jetzt nicht, weil der hat nichts im Briefkasten und nichts im Auktionshaus und auch sonst nichts Spannendes. Außer natürlich, dass er jetzt Dragonflight unsicher machen kann, die Gebiete davon. Ich mache da mal noch ein extra Video, ja. Das möchte ich ein bisschen trennen. Hier einmal mein Daily Auktionshaus Zeugs und dann zum ersten Mal mir die neuen Dragonflight Gebiete angucken, okay. Das mache ich in einem extra Video. Und ja, nachher glaube ich nicht, dass ich es noch schaffe, auch wenn ich super neugierig bin. Aber ich glaube nicht, dass es noch was wird. Dann einfach morgen, ja, wenn wir da ein wenig schneller sind, mit dem Trading oder so. Und ja, mindestens am Dienstag im Livestream seht ihr es auf jeden Fall. Das ist hochanteilig versprochen. Gut. Ihr Lieben, dann bin ich schon fertig hier. Also die Einnahmen, ja, nicht berauschend ist so, immer so ein bisschen kleines Geplänkel kommt halt rein. Passt schon, ja. So macht es mir auf jeden Fall Spaß. Alles schnell reinstellen und nicht so viel verschiedenes Zeug, sodass ich immer umeinander suchen und gucken muss, wie sind hier die Preise und bla und blub. Ihr wisst schon. Und was ich jetzt einmal bräuchte noch, wenn mir da jemand Bescheid sagen könnte, wobei ich könnte eigentlich auch auf Icy Veins schauen, fällt mir gerade auf. Stimmt, ich kann eigentlich auch auf Icy Veins gucken. Ich frage hier zum torstensten Mal euch, aber ich schaue einfach auf Icy Veins. Und zwar, welche Flask, welches Bufffood und so ich jetzt dann brauche mit meinem Destro Hexor, weil dann würde ich dann nämlich auch schon mal schauen nach den Preisen und dann einkaufen, wenn es günstig ist und für mich selber nutzen. Also ein bisschen Raiden möchte ich ja schon dann, also zumindest mal reinschauen, wie der Raid ausschaut oder so. Und die Dungeons und auch diese neuen NPC-Dungeons, da hat es mich ja gestern echt gerissen, ja, als ihr das mir im Livestream erzählt habt, dass es jetzt in den Dungeons, man ganz alleine reingehen kann und man sich NPCs mit dazunehmen kann zur Unterstützung, da hat es mich echt gerissen. Also das ist mal irgendwie LFR 2.0 oder so, ja, Overdrive, LFR, krasse Sache. Nun gut, das würde ich mir schon gerne anschauen, ich meine, für Dungeons brauchst du jetzt keine Flask oder so wahrscheinlich, aber für die Raids natürlich schon. Und zumindest mal schauen, mal angucken will ich es mir schon. Ja, aber nicht mit so komischen NPCs, da würde ich dann schon gerne miteinander gehen, ja. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere Tank und der ein oder andere Heal, der da Lust hat mitzugehen. Ja, das würde ich schon gerne machen auf MaxLevel dann. Genau, das werden wir uns alles anschauen. Ich bin schon mega gespannt, was es alles Neues gibt, wie die neuen Gebiete aussehen und so. Und ja, das gucken wir dann zusammen. Ich bin jetzt mal off, ich werde jetzt nicht ganz schnell fertig machen, ja. Ich habe eine Stunde Zeit, um komplett fertig zu sein. Das ist jetzt schon relativ lang, aber ich möchte nur schnell duschen und so und es dauert dann schon noch ein bisschen und naja. Gut, ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Samstag. Meine Lieben, genießt heute diesen wunderschönen Tag. Diese herrliche Sonnenschein, also absolut wirklich herrlich. Heute könnte man sogar tatsächlich irgendwie schön mit einer Decke oder so im Café sitzen, irgendwo gemütlich Cappuccino trinken oder so. Einfach fantastisch, finde ich. Ich liebe es. Ich liebe die Sonne, ja. Das wisst ihr vielleicht schon. Also deswegen bin ich wahrscheinlich gar so da heute, weil die Sonne scheint. Die lädt mich immer nochmal extra mit Energie auf. Okay, also jetzt bin ich aber wirklich weg. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag und ein wunderschönes Wochenende. Morgen gibt es auch wieder ein Video am Sonntag und ja, nächstes Live ist dann am Dienstag auf Twitch. Bis bald. Tschüss.